Ich bin für die gute alte Gesundheitspanik. Eine neue Krankheit. Niemand ist immun. Das ist wie 9-11, aber statt der Terroristen ist es eine Epidemie und statt dem 11. September ist es immer. Das ist grandios! Ich bin ungern derjenige, der das blockiert, was alle toll finden. Er ist wahnsinnig gern derjenige. Aber Janice, wir haben unsere Prinzipien. Wir können nicht einfach eine Krankheit erfinden. Wenn wir moralisch integer sein wollen, müssen wir die Menschheit mit einem tödlichen Virus infizieren. Wir hätten da was in petto, aber es ist noch nicht getestet worden. NBC, kommen Sie her. Wir glauben an die Notwendigkeit von Tests, aber... Wow! Wow! Großartig! Gut, unsere tödliche Krankheit hätten wir. Jetzt müssen wir sie nur noch irgendeiner Sache anhängen, die bereits in jedem Haushalt ist. Sag bitte dem Vorarbeiter nicht, dass ich die Grippe habe. Ach, ich arbeite schon seit drei Wochen mit einem zertrümmerten Becken. Ach ja, mein Saftenthafter kommt wohl nie. Hey Dad, ein Paket ist für dich gekommen. Achtung Mutter, gleich wirst du mir um den Hals fallen. Ich habe dir einen neuen Saftenthafter gekauft. Oh, großer Gott! Grippe-Bazillen dringen durch jede Öffnung in meinen Kopf. Glückwunsch zum Geburtstag! Glückwunsch zum Geburtstag! Was ist denn? Die gefürchtete Osaka-Grippe hat Springfield erreicht mit inzwischen über 300 gemeldeten Erkrankungen. Ich kann Spaß Neden,ุ Ick! Aber ich bin grundsätzlich sicher, dass du mir losgesубstick ist.